Das ist die einfachste Methode, um Warden in Minecraft zu töten. Zuerst müssen wir ein 3x3-Loch erschaffen. Dann müssen wir außen Trapdoors platzieren. Wenn wir das gemacht haben, müssen wir den Warden nur noch hier in dieses Loch hereinlocken. Durch die Trapdoors fliegt er nämlich ganz einfach hier herein. Jetzt machen wir die Trapdoors einfach wieder weg. Packen ein paar Blöcke hier drüber. Packen über die Steinblöcke einfach Sand hin. Und wenn wir jetzt diesen Sand herunterfallen lassen, bekommt der Warden die ganze Zeit Schaden und wird einfach mal durch den Sand sterben. Und er kann nichts machen.